Ich bin in Rüsselsheim bei dem Discgolfverein Scheibensucher. Wir spielen hier im Ostpark auf 21 Bahnen Discgolf. Das funktioniert so ein bisschen ähnlich wie Golf, nur dass man nicht mit einem Schläger versucht, einen Ball in ein Loch im Boden zu bekommen, sondern man wirft mit Frisbees auf Körbe, die ein bisschen so aussehen wie beim Basketball. Ausdauer und Kraft wird hier eher nicht so trainiert, dafür aber viel Koordination. Und deshalb vergebe ich 2 von 5 Smilies für den Fitnessfaktor. Der Kostenfaktor ist beim Discgolf echt super, denn eine Discgolfscheibe bekommt man schon ab 8 Euro. Und um hier trainieren zu können, muss man nicht mal im Verein sein. Und deshalb gebe ich für den Kostenfaktor 5 von 5 Smilies. Discgolf ist gesellig, aber es ist kein klassischer Teamsport. Und deshalb gebe ich leider nur 2 Smilies für den Teamfaktor. An Discgolf macht Spaß, dass man mit anderen Sportlern zusammen unterwegs ist und dass man seine eigene Koordination verbessert und deshalb, weil mir das viel Spaß gemacht hat, gebe ich vom Smilies für den Spaßfaktor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.